Herzlich Willkommen zu unserem Live-Foto. War lecker! Heute mal ohne Jacke, endlich. Es ist so schön warm draußen. Lecker! Lecker! Oh, ups. Mal aufpassen. Herzbeeren? Lecker! Passen immer noch 4,44 Euro? Ja. Sehr gut. Äpfel haben wir noch. Oh, sorry. Bin ich hier in dein Popo reingefallen? Ja, so ein bisschen. Box Autos. Hier brauchen wir nichts. Wir nehmen mal Grapefruit mit. Au! Hallo. Wir haben einen Schlag bekommen. Mit Metall. Und nämlich mein Knie. Aua. Mein Knie ist nackt. Grapefruit. Mal probieren, ob sie das mag. Selina und Lukas mögen sowas nicht. Ich hab irgendwo von Sprach wie Leute. Der Roy flirtet wieder. Flirtest du schon wieder? Ja. Mit altem Tarn, ja. Alles lecker, gell? Ja. Alles lecker. Milchpikant. Ich seh ja so wie im Frutholz diese Pfeile. Ich trau mich aber nicht, weil ich denke immer, dass es viel zu scharf ist. Und sonst schmeiß ich die ganze Packung weg. Schweinerei. Ach guck mal, hier ist was Neues. Mittelscharf. 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 Und bekannt. Na ja. Nee, ich trau mich nicht. 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 Hallo. Hallo. Sagst du wieder Hallo? Hallo. Hallo, hallo. Hallo. Mama ist. Papa. Papa. Oh, was hat der Papa da? Nichts. Lecker. Oh, lecker. Hallo, hallo. Zwiebeln, Salat. Das ist eine für Folte. Zwiebeln. Und Salat, gell? Ja, gell? Oh. Lecker. 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 Starat ist auch lecker. Ja. Tomaten haben wir noch. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker lecker. Lecker, lecker. Lecker. Lecker lecker. Für die Schule und für dich? Warte. Lecker! Lecker! Papa? Ja, hier! Warte mal, so kleine Kuchen. Lecker! Was nehmen wir denn da? Lecker! Lecker, lecker? Warte, wir nehmen mal hier so Schokobrötchen. Die sind lecker. So. Milch-Schokobrötchen. Bibel-Baguette hat uns geschmeckt. Deswegen kommt sie wieder mit. Lecker, lecker! Lecker, lecker, lecker! Oh mein Gott, hier Brioche können wir doch mitnehmen, haben wir schon längst mehr gehabt. Ist lecker. Grüß zum Frühstück. Aber ich wollte noch in diesem Gang. Paprika. Was denn jetzt? Was ist da? Dönerbrötchen. Mach mal Döner. Ja, gute Idee. Selina wollte Chips haben. Die da wollte Selina haben. Kängurus wollte sie haben. Hier. Lena wollte Kängurus. Und Lukas wollte Frittsticks. Gell? So. Mama. 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 Lecker. 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 Warte mal, das können wir doch mitnehmen hier. Mach doch Leonie. War das mit Salz? Das ist mit Salz. Gab es aber auch ohne Salz. Hier. Auch mit Salz. Guck mal. BVB-Berlino. Erbine Meier, oder? Oh. Oh, lecker. Ach so, Selina wollte so ein Streuseltaler für die Schule. Kleine Tüte. Oh. Lass mal deinen Handschuh an, ja? Schatz. Lass mal deinen Handschuh an, ja? Ich bring den Parler hier. Was bleibt denn der Papa da? Mohnbächel. Zwei mal Toastbrot. Ach so, noch einen Heiligbrot. Diesen. Mal ein Brot für 97 Cent. Für kleine. Mal zwei verschiedene. Mit fünf Erdnuss und Schokokornfix. So, was brauchen wir? Das ist schon wieder ein Schlag. Sag mal. Wieso bin ich so aufgeladen? Ah. Ah, Lukas seine Lieblingsnudel für abends. Im Angebot. Nein, ich war mit. Zwei Mangel. Oh, er hat Spinat. Pizza und Rosentanen. Und Kellogs nochmal. Juni hat ein Croissant bekommen von Papi. Ja. Ist das lecker? Papa holt Dönerfleisch. Ich brauche ihm ein paar Joghurt und Park mit Niem. Pizza Ziki dann. Was ist da? Soju kann ich mir schon noch nicht machen. Zwiebelwurst. 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 Mal was anderes zu probieren. Ahh, numb. Fisch Ah, nein! Oh, nicht Du hast doch da dein Croissant Warum bitte immer mal nichts? Senf und Mayo Hätte ich auch vergessen jetzt Wir haben gerade festgestellt, dass wir hier an dem Fischregal immer ganz schnell vorbeilaufen Ja Auch heute Ich mag nicht so gerne Fisch Oh, was ist denn hier los? Ach du Jesus Ich wollte ja nicht den ganzen Laden kaufen Was ist denn das hier? Hier ist sowas für dich Eine Sojafratwurst Zwei Euro Zwei Euro neun Lecker Bratwurst Für die Mama Ja Ich nehme die Currywurst mit Ja, guck mal Joghurt und Quark Aber der kostet 19 Cent Nee, ich meine von da Achso Bei was? Bei was? Das da Ich mag aber nur Tayaki Tayaki gibt es nicht, gell? Schade Schade Ich habe jetzt noch was gefunden So Chicken Wings Vegetarisch Auch 2,09 Euro Mal probieren Was hast du Lachs? Joghurt? Man hat mich schon schlimmeres gemacht Mozzarella Fettakäse Lecker Fettakäse Fettakäse Lecker Lecker Alles lecker Alles lecker Ich komme da zu den Aion Von der anderen Seite Wir fahren zu den Aion Ich brauche noch Eier Oh nee, alles ausverkauft Was ist denn da los? Keine Eier mehr Alle Eier weg Was ist hier los? Alle Eier weg Müssen wir Bio nehmen Gibt es keine Milch? Oh, Hilfe Moment Ein Stückchen weiter weg Natürlich Die packt ja nicht auf Jetzt So Leonie, das war wieder mein Fuß Das tut weh Wenn man sich auf dem Fuß fällt Ist nicht lustig Das war ein Tanpa-Scha Ja genau, stimmt Und So Zwei Stück Was hast du dir jetzt? 9 bis 13 So So Wir sind am Ende angelangt Wir gehen jetzt nur noch zu den Getränken Den Rest siehst du dann im Foothall Und seinen Kanal Danke fürs Zuschauen Und bis morgen um 11 Uhr Bis später Ich hab keine Kraft mehr Du musst schieben So 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 Vielen Dank.